Und nochmal, bitte, bitte unterlassen, das Abbrennen von Feuerwerkskörpern ist groß. Eine erneute Unterbrechung des Spiels, der helft eurer Mannschaft. Bleibt von uns, Leute, beruhigt euch wieder. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. So Leute, jetzt muss ich so gut sein hier. Das Spiel ist an der Brocke. Bitte, bitte unter Lass dringend, das Abbrennen von Feuerwerkskörpern, das Werfen von Gegenständen. Ihr gefährdet die Fortsetzung des Spiels. Es hilft ordentlich, es hilft eurer Mannschaft nicht. Geht doch mal hin da, ihr eigenen Spieler, Junge! Sie müssen die Fortsetzung des Spiels. Die Fortsetzung des Spiels. Die Fortsetzung des Spiels. Oh mein Gott! 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 Liebe Leute, wir sind uns in einer Sache hier alle einig im Stadion. Football-Fans sind keine Verbrecher. Aber, dazu gehört auch, dass sie sich so verhalten. Wenn ihr Feuerwerk, Körper oder andere Gegenstände auf den Platz werft, greift ihr Menschen an. Liebe Erfurt, das ist die Hälfte, in der auch eurer Hälfte gerade spielt. Ihr werft Gegenstände und Feuerwerk, Körper auf eure eigenen Spieler. Bitte lasst es einfach bleiben, das Spiel kann sonst nicht fortgesetzt werden. Wir haben jemanden hier, der kurz ein paar Worte zu euch sagen möchte. Hallo, hier ist ein Milo. Ich spreche ja auch im Namen des Freis. Ich denke mal, beruhigt euch erstmal. Wir haben einen Kinder-Block. Ich denke mal, das nicht durch die Variante. Es gibt Entscheidungen, die wir uns nur noch mal akzeptieren. Und ich denke, die Mannschaft tut alles dafür, dass wir das Thema umbiegen. Bleibt ruhig im Block. Wir haben einen Kinder-Block. Muss ich sein. Wir sind hier gestern und wir wollen uns auch verhalten. Ich denke mal, das war es, dass wir uns nicht. Wir müssen unbe幹et mit einem Kälter schießen. Wir müssen uns auch freuen, dass wir uns außen und wir wollen. Wir wollen uns auch ein paar Träume schießen, oder? Wie war es, dass wir uns vorhin nicht investieren? Ich glaube, das ist ein paar Gründe. Das war die, die wir uns abgelaufen will. Wir haben uns auf die Träume. aber ein paar Gründe. Ich würde es nicht erwarten, wenn wir uns ein paar Gründe machen können. Vielen Dank.